Dieses Video bietet einen Einblick in den Suchprozess und die verschiedenen Arten der Suche im Internet. Der Suchprozess aus der Sicht des Nutzers kann auf verschiedenste Weisen eingeteilt werden. Mit Blick auf das Suchmaschinenmarketing bietet das Rubicon-Modell eine nützliche Einteilung in vier Handlungsphasen. Abwägung, Planung, Transaktion und Bewertung. Für das Suchmaschinenmarketing können daraus Schlussfolgerungen bezüglich der genutzten Suchbegriffe und Anforderungen an den Webseitenaufbau getroffen werden. Das Rubicon-Modell ist benannt nach Cäsars Überquerung des Flusses Rubicon. Dies wird als Metapher für einen abgeschlossenen Abwägungsprozess und den Beginn einer konkreten Planungsphase genutzt, da Cäsar den Rubicon mit dem Wissen überquerte, dass dies den römischen Bürgerkrieg auslösen würde. Auf die Planung folgen die Erreichung des Ziels und schließlich die Bewertung der vorigen Prozesse. Betrachten wir die vier Phasen des Rubicon-Modells genauer. Die erste Phase fokussiert das Abwägen von negativen und positiven Konsequenzen einer Handlung. Bezogen auf den Suchprozess im Internet ist dies beispielsweise die Selektion einer Urlaubsreise. Hier kann die Abwägung verschiedener Urlaubsziele und Reisearten gegen andere stattfinden, aber auch, ob das Geld vielleicht lieber für ein neues Auto gespart werden soll. Hierbei kann von der Formulierung erster Suchanfragen ausgegangen werden, die typischerweise sehr allgemein sind. Mit dem Übergang in die zweite Phase findet die Überquerung des Rubicons statt. Das Ziel ist nun klar. Die Entscheidung fiel beispielsweise auf eine Urlaubsreise mit konkreter Destination. Somit beginnt nun Phase 2, die Planung. Im Suchprozess ist dies als die Vorbereitung auf die eigentliche Urlaubsbuchung zu interpretieren, wobei verschiedene Angebote von unterschiedlichen Anbietern verglichen werden. Dabei sind eine intensive Auseinandersetzung mit Produktbeschreibungen und folglich spezifischere Suchanfragen charakteristisch. Eine gut sortierte und informative Website hat hier somit eine hohe Wichtigkeit. Wurde sich nun für ein Angebot entschieden, folgt Phase 3, die Handlungsphase. Im Suchprozess entspricht dies der Transaktionsphase, in der der Kaufabschluss und in unserem Beispiel die Buchung der Reise stattfindet. Zuletzt kann der Nutzer sich in der Bewertungsphase mittels Suchmaschine noch einmal vergewissern, dass die richtige Wahl getroffen wurde. Eine andere Sichtweise auf Internetsuchen bietet die Einteilung in Sucharten. Eine populäre Methode ist dabei die Klassifikation in informations-, navigations- und transaktionsorientierte Anfragen. Die informationsorientierte Suche beschreibt allgemein die Recherche zu einem Thema oder Produkt. In den zuvor genannten Phasen finden solche Anfragen hauptsächlich in der Abwägungs- und Planungsphase statt. Bei einer Reise werden hier beispielsweise Preise und Produktumfang ermittelt und verglichen. Dabei werden die Suchanfragen generell präziser, je weiter fortgeschritten der Entscheidungsprozess ist. Bei der navigationsorientierten Suche hat der Nutzer bereits ein spezifisches Ziel im Sinn, das er ansteuern möchte. Dies kann ein bestimmter Anbieter oder ein bestimmtes Angebot sein, das der Suchende entweder schon kennt oder sich vorstellt, dass es existieren müsste. Zum Teil werden Suchmaschinen auch aus Gewohnheit zur Ansteuerung von schon bekannten Seiten genutzt, wenn zum Beispiel die Webadresse aufwendiger zu tippen ist als Suchbegriffe oder der Nutzer sich schlicht nicht an sie erinnert. Google unterstützt dies beispielsweise dadurch, dass bereits aufgerufene Seiten temporär höher in den Suchergebnissen platziert werden. Zuletzt betrachten wir die transaktionsorientierte Suche. Hier ist die Intention, einen Kauf abzuschließen, wie zum Beispiel die Buchung einer Reise. Da das gesuchte Angebot hierbei schon feststeht, enthalten die Anfragen dabei oft Suchbegriffe, die Qualität und Preis von gleichen Angeboten filtern. Auch Marken und Produktnamen werden hier vermehrt verwendet. Letzteres machen sich einige Unternehmen zunutze. Beim sogenannten Brand-Bidding schaltet ein Unternehmen gezielt Werbung bei Suchen nach konkurrierenden Marken oder Produktnamen, um mit deren Popularität auf ihr eigenes Angebot zu verleiten. Dies ist jedoch sowohl rechtlich als auch wirtschaftsethisch fragwürdig, wird jedoch immer wieder angewendet. Die hier beleuchteten Prozesse und Sucharten dienen dazu, das Suchverhalten der Nutzer zu verstehen, um daraus Strategien und Maßnahmen für ein erfolgreiches Suchmaschinenmarketing ableiten zu können. Das ist aber dann noch ein bisschen, was das ist so, aboneinander. Das ist also ein bisschen, was. Das ist also ein bisschen, was das ist sehr, aboneinander. Das ist nicht so, aboneinander. Das ist gleich, was das ist ja auch immer wieder angewendet. Vielen Dank.